Der schlimmste Fehler in meinem Medizinstudium, Bergdoktor Edition. Ich habe mein Studium viel zu ernst genommen. Das hat einfach einen Großteil meines Lebens bestimmt. Ja, ich habe mir so Sorgen gemacht und ich hatte wirklich Angst vor Prüfungen. Ja, vielleicht kennt ihr das, sodass ich jetzt so zurückgucke und denke, hm, ich habe sieben Jahre studiert, mein Leben war da nicht so geil und das Studium hat einfach alles dominiert. Das war wirklich mein größter Fehler. Das heißt, wenn du studierst, eine Prüfung machst oder sonst irgendwas, kann ich dir nur dringend raten, nimm das nicht ganz so ernst. Es ist auch okay, mal durchzufallen oder so. Das war für mich immer irgendwie nie okay. Aber das Leben ist Leben, ja, also nimm das einfach nicht so ernst.